Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen 10.000 Abonnementen-Abo-Special, denn der Kanal hat inzwischen 10.000 Abos erreicht und das auch gehalten, jetzt sind es natürlich etwas mehr. Ich möchte mich erstmal bei jedem herzlich bedanken, der den Kanal abonniert hat und ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Unterstützung und euren Support und das wird jetzt kein großes Abo-Special, ich bin hier gerade auch noch an einem Unboxing dran, habe jetzt hier gerade den Aufbau eben zur Hand, deswegen wollte ich dieses Special noch abdrehen und zwar machen wir ein kleines Gewinnspiel. Es ist so, ich habe im letzten Jahr ein paar Gewinnspiele veranstaltet, da haben sich über zwei Gewinnspielen die Leute aber nie gemeldet und nach zwei Monaten verfällt der Gewinn, inzwischen sind es aber sogar sechs Monate, weil das kann ich natürlich nicht ewig aufheben und manche schreiben einfach nur irgendwas hin, melden sich in die wieder, warum weiß ich auch nicht, aber euer Glück, denn ich verlose jetzt wieder zwei Sachen. Eine Sache habe ich bereits verpackt, die möchte ich jetzt auch nicht wieder direkt auspacken, da blende ich jetzt hier mal kurz ein Bild ein, das ist so eine O-Bulp-Minilampe, die schwimmt zum Beispiel in der Badewanne in Grau, die habe ich bereits verpackt gehabt, weil ich die eigentlich wie gesagt verschicken wollte, aber er hat sich gewinnen, hat sich nicht gemeldet. Das ist das Erste, was ihr jetzt hier gewinnen könnt und dazu müsst ihr einfach, abonniert einfach den Kanal und schreibt einen Kommentar unter das Video und wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann solltet ihr eigentlich auch eine Benachrichtigung kriegen, wenn ich auf einen Kommentar antworte, denn es ist mir immer noch rätselhaft, wieso manche Leute auf ihren Gewinn nicht geantwortet haben. Das Einzige, was ihr mir dann nämlich geben müsst, ist eure Adresse, dass ich es da hinschicken kann und ansonsten tut nicht weh, keine Ahnung. Wie gesagt, das Zweite, was ihr gewinnen könnt, ist dann hier dieses Toner-Mikrofon, kleines Mikrofon, habe ich auch getestet gehabt, ist wie gesagt neuwertig, aber wie gesagt, es war schon mal entpackt gewesen und das wurde mir damals auch zur Verfügung gestellt, das Gleiche gilt auch für diese Lampe, deswegen kann ich euch das hier auch verlosen, weil quasi, ich habe es umsonst gekriegt, kann es kostenlos weiter verlosen, kostet also quasi nichts außer dem Versand. Diese beiden Sachen könnt ihr jetzt auf jeden Fall gewinnen und ich werde da zwei Verlosungen machen quasi unter den Kommentaren, also unter auch mal wie das Ganze abläuft, postet einen Kommentar, abonniert den Kanal, liked das Video und dann werde ich unter allen Kommentaren jeweils dann zwei nehmen und ein Kommentar gewinnt eben das Toner-Mikrofon und der andere diese Obol-Blampe. So, so läuft das Gewinnspiel eben ab, kurz und knapp, es wird noch einen Einsendenschluss geben, den muss ich unten auch noch einblenden und bitte kommentiert natürlich nur einmal doppelte Kommentare, die werde ich dann entfernen, weil das wäre unfair. Außerdem möchte ich mich nochmal ausdrücklich bei allen Abonnementen für eure Unterstützung bedanken, denn den Kanal gibt es natürlich nur durch euren Supports, eure Views, eure Likes und so weiter. Ja, deswegen gibt es den Kanal nur, wie gesagt, danke für den Support. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Glück beim Gewinnspiel, das war's von mir und bald sehen wir uns vielleicht dann wieder in einem neuen Special, wenn wir die 20.000 erreicht haben. Das war's jetzt auf jeden Fall von mir, ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video.